So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Wir fahren jetzt nach Stuttgart, zur Platte. Da hat Daktor Weitz ein Abo-Treffen. Und der liebe Blackout ist in der Nähe. Und wir haben uns gedacht, wir werden einfach mal das Abo-Treffen stürmen. Niemand weiß Bescheid. Ich glaube, Daktor weiß Bescheid, dass ich komm. Niemand weiß Bescheid, dass Blacky kommt. Und niemand weiß eigentlich so richtig Bescheid, dass er in der Nähe ist. Wir sind jetzt gerade in der Nähe von Blaubeuren, also in der Nähe Ulm. Mit zwei Abonnenten. Eine auch mit einer KTM. Ist schon mal gut. Und jetzt fahren wir da hin. Ich werde ab und zu die Kamera anmachen und ein bisschen was reden. Oder wenn gerade eine geile Aussicht kommt. Und yo, ich hoffe, die KTM hält das bis dahin aus. Weil mein Köln ist am Arsch. Egal. Also bis später. Egal. Also bis später. Egal. 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 Hier ist es auch ganz schön, auch gute Kurven, aber der Belag von der Straße ist halt nicht so geil. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Mühlhaus? Das kenne ich irgendwoher. Also so weit weg von mir sind wir, oder nicht? Ja, hier sind wir auch an einer geilen Stelle, beziehungsweise das war gerade eine gute Aussicht. Jetzt geht es runter. Ja, wir haben noch circa 100 Kilometer vor uns. Also es geht eigentlich. Also das Ding raucht wie Hölle, Alter. Voscha, ich tanke da noch Diesel. Junge, wie langsam fährt denn da vor uns? So Leute, jetzt bin ich nur noch allein unterwegs. Den Kollege mit dem EGS, der hatte Probleme irgendwie mit dem Vergaser. Boah, ist die Strecke geil. Boah, fett. Na jo, ich glaube noch circa 50 Minuten oder so vor mir. So, die Platte. Ich zeige auch, dass bis jetzt, der ist schon an der Platte, denke ich mal. Na ja, ein bisschen scheiße gelaufen. Aber kann man nichts machen, wenn die Karre nicht läuft vom Kollegen. Wir haben halt noch ein bisschen gewartet, es hat noch gepisst. Und dann habe ich gesagt, Alter, ich muss los. Ich freue mich, warten auf mich. Und jetzt bin ich hier, ja, nirgendwo. Ich habe gerade noch getankt, Handy aufgeladen. Jetzt habe ich wieder Internet und Datenvolumen. Das ist schon mal gut. So, nach 200 Meter rechts abgeliehen. Ich hoffe, auch wo, wo passt. Und das ist hier eigentlich drin. Bra. Warte mal. Hier abbiegen. Kann gerade sein. Ich labo mich nicht voll, Alter. Als ob. Halten mal zum Maul, wo muss ich hin? Leute, dicker, wildschicht. Verarschen. Ich fahr gerade voll im Kreis. Was für rechts abbiegen, Alter. Da war ich doch schon. Alter. Jetzt bin ich umsonst hier gefahren, Alter. Was ist das? Wie ohne die Warte ist. Jetzt habe ich so einen Schwasti vor mir. Ich kann nicht, keine Kürben ballern. Oh, die ist geil. Dann bin ich mal ein Und kliff vorbei, dicker. Wohin? was ist mit dir los hä sicker alter halt die fresse sicker was ist los meine fresse alter ja wieder runterfahren oder was das war so unnötig dieses navi ist behindert nehm nie mal gute maps mehr es gibt ein richtiges random video ich bin irgendwo in stuttgart und fahre noch einen wald um zu platteln zu kommen ja wahrscheinlich alter so sehe ich aus dicker hier bin ich doch hochgefahren halt die fresse da war so irgendwas mit dem navi ja 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 Das ist eine schöne Vorfahrt. Schützt schön. Ja, hier ist es halt blöd, wenn man Autos fahren hat. Hier ist man natürlich mit dem Motorrad schneller. Ich glaube, das ist die Griffe, wo es flattig geregt hat. Ich kenne die Stricke ja gar nicht. Ich muss da erstmal chillen. Boah. Da ist er. Ich wollte eigentlich so Lacto überraschen, dass ich zum Abo-Treff komme. Aber ich wollte ihm lieber Bescheid sagen. Und dann ist mir eingefallen, ey Blackout ist doch ne ne. Das soll auch kommen. Und da wollten wir eigentlich die Leute überraschen. Aber ja, ich war zu spät. Und da ist er. Alter, du stinkst. Was? Du stinkst. Was? Du stinkst. Ja. Ja übel, was kacke. Äh, ne. F*** ran. Fälzündungen alter. Bam 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 alter. Bam alter. Die knallt richtig alter. Die knallt richtig. What do you think?